Mosaik MBC, Ihr Fachübersetzer für wissenschaftliche Texte Unsere Mission bei ProMosaik MBC ist es, über die bloße Übersetzung Ihrer Dokumente und Inhalte hinauszugehen, indem wir uns um das umfassende Verständnis Ihrer Unternehmensziele und Werte bemühen. Wir tun dies, weil wir erkennen, dass die Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen eine genaue Kommunikation in einem globalen Markt erfordert, der sich komplex und vielfältig gestaltet. ProMosaik MBC ist eine Abteilung von ProMosaik Translation, einem international agierenden Übersetzungsdienstleister, der weltweit hochwertige Übersetzungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Unser hoher professioneller Standard wird erreicht und aufrechterhalten, indem wir nur die besten Linguisten rekrutieren und beschäftigen. Unsere weltweit erbrachten Übersetzungsdienstleistungen verschaffen allen unseren Kunden den Zugang zu einem schnellen und hochqualifizierten Übersetzungsdienst. Die Übersetzer unseres Teams sind in der Verwendung modernster Übersetzungstools wie Trados und MemoQ geschult, die Folgendes gewährleisten. Konsistente Terminologie, Berücksichtigung der Wiederholungen bei der Preisberechnung und konsistente Formatierung. Was bei medizinischen und wissenschaftlichen Übersetzungsdiensten besonders zählt, sind Genauigkeit und fachspezifische Kenntnisse. Denn ein auch so kleiner Übersetzungsfehler kann im medizinischen und wissenschaftlichen Bereich schwerfiegende Folgen mit sich bringen. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass alle Übersetzungen medizinischer Dokumente Gegenstand einer gründlichen Qualitätssicherung sind. Wir bieten Unterstützung bei der Qualitätssicherung medizinischer Übersetzungen an. Wir nehmen alle medizinischen Übersetzungsberechte sehr ernst. Das ist auch der Grund, wofür wir erweiterte Dienstleistungen anbieten, die über die reinen Dokument- und Sprachübersetzungsprozesse hinausgehen. Durch die Zusammenarbeit mit talentierten Fachleuten sind wir stets in der Lage, Ihnen und Ihrem Unternehmen eine erstklassige Übersetzungsdienstleistung anzubieten. Was noch für uns spricht, ist unser soziales Engagement. 10% unserer Unternehmensgewinne fließen in Übersetzungs- und Veröffentlichungsprojekte zur Förderung des interkulturellen Dialogs und der Menschenrechte. Um mehr darüber zu erfahren, können Sie gerne unsere Webseiten besuchen. Wir freuen uns auf Sie!